Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Freitag, dem 15. Oktober 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1101. Und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Apple Watch 7, Bird, Sony, Smartphone Gewinn und Digital Republic. Ich starte gleich mit der Apple Watch 7. Ja, heute ist es soweit, heute ist sie da. Genauer gesagt ist meine schon seit gestern, also heute bei der Aufzeichnung. Ich verwirre ein bisschen. Sie ist schon da an diesem 15. Ein schöner, ja, ein schönes Gerät. Ein riesen Display im Vergleich zu meiner Dreier. Macht viel Spass am ersten Tag, in den ersten Stunden. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze hier weiterentwickeln wird. Zwischen dieser neuen Apple Watch, die mir Apple zugeschickt hat, zum ausgiebig testen. Und der meinigen Person. Bald wird es ein kleines Video dazu geben. Auch ein Testbericht wird nächstens folgen. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne an die bekannten Quellen. Ihr wisst ja, wo ihr mich erreicht. So, genügend der Werbung für die Apple Watch. Gehen wir über zur Werbung für Bird. Bird hat Nutzer, die nicht ganz dicht sind. Und ja, die nicht schnallen, dass man mit einem E-Scooter nicht auf dem Bürgersteig, dem Trottwar, wie wir Schweizer sagen, rumfahrt. Und um dem entgegenzuwirken, wird man aktuell, zumindest zuerst in zwei Städten in Amerika, San Diego und in Milwaukee. Und später dann auch in Madrid neue Geräte online stellen. Was heisst online, offline da in die Städte stellen, damit es die Nutzer nutzen können. Und was ist da mit dabei? Zum einen Kameras. Zum anderen aber ein aus der Schweiz stammendes, wie soll ich sagen, GPS-Modul, das eure Position genauer indizieren kann. Und weshalb macht man das, dass wenn ihr euch eben auf dem Trottwar, also in dem Gehsteig befindet und darüber fahrt, dass dann ein Piepsen aus diesem E-Scooter kommt. Kinder, oder besser gesagt Eltern, erzieht eure Kinder. Oder in dem Fall wahrscheinlich besser, Grosseltern, erzieht eure Kinder, damit die dann wiederum ihre Kinder besser erziehen können. Gestern habe ich schon verlauten lassen, dass in der nächsten Woche ein Apple-Event ist, ein Samsung-Event ist und wer war der dritte nochmals? Genau, ein Google-Event. Jetzt kommt nochmals jemand dazu und zwar ganz aus dem Nichts heraus für den 26. Oktober angekündigt, will Sony auch was Neues zeigen. So wie es auf dem Bild zu der Xperia neue Produktankündigung ausschaut, wird der Fokus, wie könnte es auch anders sein, auf der Kamera liegen. Viele Linsen, unter anderem auch die in ganz grossen Flaggschiff-Smartphones, kommen ja aus dem Hause Sony. Ich bin mal gespannt, was Sony dieses Mal aus dem Hause zaubert. Oder aus dem Hut, besser gesagt. Noch viel mehr gespannt bin ich, wann dann das Gerät auch zum Beispiel zu uns in die Schweiz kommt. Das letzte Xperia hat ja über ein Jahr gebraucht, bis es irgendwie dann in die Schweiz gekommen ist und damals war es dann ja schon relativ veraltet, dieses liebe Smartphone. Ja, Sony, ein bisschen mehr Gas bitte. Apple hat grosse Marktanteile. Und nein, ich spreche nicht vom iPhone-Absatz. Da sind sie weltweit, zumindest wenn es nach Zahlen von Counterpoint geht, auf genau 13%. Jetzt mag der eine oder andere sagen, nach Adam Riesling ist es ja eigentlich gar nichts. Kann man so sagen, ist aber nicht ganz so. Vor allem, wenn man das mal ein bisschen aus dem anderen Blickpunkt anschaut. Wenn man das aufgrund des Umsatzes schaut, dann nehmen sie 40% vom Markt ab. Also all die Härte-Währung, welche in Smartphones ausgegeben werden, 40% davon geht in Richtung Apple. Wenn man das dann noch weiter runterbricht und nicht nur den Umsatz berechnet oder besichtigt, sondern auch noch ganz, ganz gezielt auf den Gewinn schaut, dann wird es erst richtig heftig. Oder besser gesagt, es wird ziemlich traurig für so ganz viele andere Hersteller auf diesem Markt, die sich da in der Preisspirale bewegen. Nämlich hat Apple ganze 75% der Branche, also nehmen wir an, auf der Welt wird 2 Milliarden für neue Smartphones ausgegeben, 75% davon gehen an Apple. Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Sofern natürlich die Zahlen von Counterpoint stimmen etc. Aber ja, ich mag sie ihnen gönnen, weil ja, wenn man es halt richtig macht, macht man es halt richtig. Und das führt natürlich auch zu mehr anderen Verkäufen, weil wenn man mal so ein schönes Apple iPhone an sein Eigen nennt, kommt plötzlich auch eine Uhr ins Haus, ein Tablet ins Haus, ein Computer ins Haus, ein Apple TV ins Haus und schon wird das Ganze nochmals deutlich runder und bringt noch schönere Zahlen, nehme ich doch an. Genau. Zu guter Letzt habe ich euch noch einen kleinen Testbericht, den ich auf dem podcast.ch-Blog verfasst habe. Ich habe mir mal das Angebot von Digital Republic angeschaut. Digital Republic ist ein Provider hier in der Schweiz, der ganz günstige und flexible Angebote geschnürt hat. Man kann da eine SIM-Karte bestellen oder eine eSIM. Die SIM-Karte ist innerhalb von zwei, drei Tagen da. Die eSIM sofort via Mail und dann kann man das einfach in sein Gerät machen. Man kann es monatlich flexibel ändern. Mal ein bisschen mehr Daten, mal ein bisschen weniger Daten, mal gar keine Daten, weil vielleicht möchte man ja das Smart Home oder die Ferienwohnung damit ausstatten und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und das habe ich mal für euch angeschaut. Wer also mag, darf da gerne mal reinlesen. Ich finde das ein sehr spannendes Angebot und werde da mir sicherlich das eine oder andere ein bisschen genauer anschauen. Das nächste, was ich mir anschauen werde, ist deren eSIM. So, heute ist fast ein bisschen eine Verkaufsshow hier in der Geek Talk Daily, aber das muss auch mal sein zwischendurch. Weitere Neuigkeiten habe ich keine von euch aufschnappen können und somit würde ich sagen, für all diejenigen, die bald schon Wochenende haben, geniesst es, kommt gut in die nächste Woche oder weiss gesagt, geniesst erst mal das Wochenende und für diejenigen, die arbeiten dürfen, like me, ja, gutes Arbeiten und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis bald, euer Pokipsi, habt einen erfolgreichen Tag, tschüss. Hört mehr Geek Talk.